Der Hauswirt war zufrieden mit den Pilzen, die ich für ihn gesammelt habe. Wenn ich noch mehr finde, kann ich jederzeit wieder vorbeikommen. Okay, noch ein Händler mehr. Uh, der kauft mir auch alle anderen Pilze ab. Alles klar. Die zum Beispiel. Und die zum Beispiel. Gott, ich erinnere mich gerade wieder, man kann irgendwann... Oder man lernt halt mit der Zeit immer neue Sachen zu finden und dann kann man immer wieder in die alten Gebiete zurückgehen. Und kann dann da auch noch ganz viel Kram sammeln, wie hier zum Beispiel Pilze. Und 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 hier zum Beispiel eine gesprungene Schallplatte. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir lernen erstmal angeln. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ah, gut, Junge. Jetzt bringe ich dir bei, wie man Fische fängt. Sobald ich alles Nötige habe, gibt mir Roselin eine Lektion um Fischfang. Okay, dann brauche ich jetzt noch mal angeln. Dank Hofig, wo mal einer, wa? Guten Tag, Lady. Ich brauche mal ihre Angel, wa? Okay. Es hat sehr gut geklappt. Eines Tages wird ein hervorragender Fischer aus mir. Ja, natürlich. Wenn du ganz fest daran glaubst, Junge. Mit Sicherheit. Okay, dann können wir jetzt hier in der Höhle mal weiter gucken. Da haben wir jetzt nämlich die Fackel. Tada! Und sammeln erstmal diese Krabbe ein und diese Kiste. Ich muss sagen, es hat sich gar nicht so viel zum ersten Teil getan, aber die Höhlen sind neu und das finde ich schon mal ganz cool. Okay, dafür brauchen wir drei Soldaten, einen gigantischen Pieke, einen Gifttrank, drei Heiltränke und außerdem müssen wir uns noch eine ganze Menge ausruhen davor. Gut, dann lassen wir Mr. Riesenalligator wohl erstmal da stehen. Okay, aber angeln können wir noch. Okay, dann gucken wir doch mal an die Fischersiedlung. Karte. Das ging, glaube ich, auch bald die Köder raus, ne? Ja. Warte, kann ich da nicht gleich fünf auf einmal kaufen? Okay, jetzt haben wir einen ganzen Batzen Fische. Die können wir total gediegen verkaufen. So weit, so gut. Dann pennen wir auf jeden Fall mal eine Runde. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ah, und hier ist der komische Ort. Hierhin zeigt die Landkarte, die ich aus dem Wasser geangelt habe. Könnte es sein, dass hier etwas begraben ist? Meine Schwester! Entschuldigung, Test. Oh, eine Schatztruhe. Okay. Jetzt habe ich eine Schatztruhe und mit der kann ich nichts machen. Ich bin schon irgendwie dekrimierend. Da kann ich bestimmt in der Stadt verkaufen oder so. Warum kann ich eigentlich noch keine Eier sammeln, wenn ich die hier schon verkaufen kann? Wir brauchen aber auf jeden Fall erst mal ein Brot und davon mehr, als wir tragen können. Ich glaube, wir brauchen 25, ne? Ich kaufe noch mal ein paar mehr. Ich muss ja selber auch noch irgendwas essen. Deswegen kann ich mal die ganzen Pilze hier loswerden. Mensch, gut sein. Bring ein leckeres Essen. Mensch, jetzt dürfen weitergehen. Natürlich. Und weil ich den Troll gefüttert habe... Okay, die Anspielung hat ein bisschen gedauert. Bekomme ich auch noch zwei Ansehen oder zwei Ruf? Natürlich. Haben wir denn aus dem Internet nichts gelernt? Was kann ich hier eigentlich noch machen? Pilze sammeln, natürlich. Was auch sonst. Okay, dann gucken wir mal weiter. Oh. Hier ist ja mal einiges los. Okay. Ich... ... habe keinen Korb. Ernsthaft? Na. Gut. Erstmal Bären sammeln. Ich möchte irgendwie das hier alles erstmal grundlegend abarbeiten. Außerdem können wir hier noch drei Milliarden Pilze mitnehmen. Oh, ein Wildschwein. Oh, hier liegt eine Kiste. Oh Gott, wie das hier einfach mit der Zeit so so einem riesigen Wimmelbild mutiert. So, irgendwo habe ich doch bestimmt noch was übersehen. Genau, hier oben sind noch Pilze. Und dann haben wir es aber, glaube ich, erstmal... Was muss ich hier ausgeben fürs Schlafen? Zwei Fische. Okay. Brauchen wir erstmal nicht. Wie viel Kraftpunkt haben wir? Oh, wir haben einen Kraftpunkt. Okay, wir pennen doch eine Runde. Einfach mal bei wildfremden Leuten ins Camp legen. Das kann man ja mal machen. Warum auch nicht? Oh, das gibt zehn. Das ist ziemlich super. Und ein Seil gefunden haben wir auch noch. Wie praktisch. Dann pennen wir doch nochmal. Vielleicht finden wir noch ein Seil. Ne, leider nicht. Okay, dann sammle ich jetzt hier eben nochmal die Beeren. Na, und hier auch nochmal. Ist das so ein Fass zum Einsammeln? Ja, tatsächlich. Das hier auch? Ne, das gehört alles zu der Butze hier, ne? Ja, okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, erstmal alle elementaren Sachen eingesammelt. Oder? Ja, dann quatschen wir mal mit den Leuten. Jungermann, verkaufen Sie hier die Kernware. Ich habe viele nützliche Sachen. Kernware. Kernware? Ich weiß ja nicht, aus welchem Ursprungswort das eigentlich Werkzeug heißen sollte. Das Wort Kernware entstanden ist, aber... Okay. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten, sehe ich schon, eine Säge. Also kaufen wir eine Säge. Eine Sichel kaufen wir auch mal. Außerdem kaufen wir noch eine Fackel und einen Korb. Dann haben wir von allem was. Wunderbare Handel. Kommen Sie als nächstes auch noch einmal zu uns. Bitte, hilf mir. Meine Tochter ist verschwunden. Die Tochter von Farmerin Rose ist verschwunden. Die Tochter von Farmerin Rose. Und sie hat eine schwarze Kutte an. Die Farmerin ist in Wirklichkeit Black Rose. Die Tochter von Farmerin Rose ist verschwunden. Zuletzt hat sie sie gesehen, wie sie in der Gegend der Farm spielte. Der lokale Farmer braucht Holz zum Heizen. Echt? Das sieht ziemlich nach Sommer aus. Fertig. Ich habe mir nie... Es hat nicht mal wehgetan. Echt? Als Belohnung habe ich ein Stück geräucherten Schinken bekommen. Und zwei Ruf, immerhin. Okay. Das war dann relativ entspannt. Was geht hier? Der Sohn vom Bauer will, dass ich alle Plakate mit Stroh... Pakete, nicht Plakate. Dass ich alle Pakete mit Stroh am Feld einsammle. Er macht sich bereit zu seiner Liebsten. Was? Er macht sich bereit zu seiner Liebsten? Und er... Ah, für seine Liebste. Okay. Und er würde sich nur ungern schmutzig machen bei der Arbeit. Hallo? Dann mach dich jetzt halt mal nicht bereit, sondern mach erstmal deinen Scheißjob. Fahles Pak, ey. Ob wir gleich als neue Fertigkeit bekommen Heuballen einsammeln? Der Sohn vom Bauern hat es nicht einmal geschafft, sich bei mir richtig zu bedanken. Schon ist er zu seiner Liebsten gegangen. Nehmt euch ein Zimmer! Moment, das ist seine Liebste? Ah nein, das ist nicht der Sohn vom Baum. Ey, junger Mann! Du hast nicht zufällig meinen Sohn gesehen, oder? Ich habe dem Bauern Thomas gesagt, dass sein Sohn zu seiner Liebsten gegangen ist. Ah, mein Sohn. Immer rennt er nur hinter den Mädchen her. Aber arbeiten, das will er nicht. Thomas bereitet sich vor, das Feld zu ackern. Aber er braucht Hilfe, da sein Sohn gerade nicht da ist. Na dann. Boah, holy shit, das müssen wir jetzt... Boah. Wenn sich das nicht lohnt, ne? Können wir gleich dreimal pennen gehen? Jetzt habe ich keinen Fisch mehr, verdammte Hacke. Kann ich hier noch angeln? Nein. Ja, ich dachte, ich hätte hier gerade noch irgendwas zum Einsammeln gesehen. Aber nein, war nicht der Fall. Das ist jetzt eher schlecht. Dann schlafe ich halt erstmal hier. Bringt zwar keine Zehn, aber immerhin acht, glaube ich. Und hier können wir auch nochmal pennen. Kriegen wir außerdem auch ein paar Körbe wieder. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich penne auch gleich eine Runde öfter, weil wir jetzt allein noch 20 Kraft brauchen, um das Feld fertig zu beackern. Und dann können wir sonst eh gleich wieder pennen gehen, von daher. Okay, jetzt haben wir auch keine Beeren mehr. Dann lassen wir das doch mal. Kann ich hier noch Pilze verkaufen? In der Tat. Kann ich mir hier noch Brot kaufen? Warum müssen wir eigentlich dieses ganze... Also, ich meine, er hat halt ein Pferd und einen Flug. Und eigentlich muss er überhaupt nichts machen, außer dem Pferd sagen, wo es langlaufen soll. Wofür braucht er uns? Ich verstehe es nicht. Ich danke dir, junger Mann. Ohne deine Hilfe würde ich es nicht schaffen. Für meine geleistete Arbeit habe ich eine verdiente Belohnung bekommen. Dieses Jahr war eine gute Ernte. Ich kann dir Getreide verkaufen, falls du Interesse hast. Entschuldigung. Ja, okay. Ah, und er verkauft mir auch Heuballen. Warum auch immer. Der Farmer hat meine Fähigkeit bemerkt und bot mir die nächste Arbeit an. Diesmal will er, dass ich das Dach für ein Schutzdach umbaue. Wat? Okay, ich werde Material und eine Ausflugskraft brauchen. Okay, wo auch immer wir hier eine Ausflugskraft herkriegen. Der Mönch sammelt am Heiligtum Almosen. Okay. Wie viel denn noch? Okay. Zumindest mal ganz gut Ruf gegeben. Jetzt haben wir schon mal 47 Rufpunkte. Das ist ganz okay. Hm. Dann gucken wir doch mal nach Süden. Oha. Hey, der Zauberer-Turm. Zauberer-Bruder, bist du gewesen in all diesen finsteren Jahren? Hauptsache, wir looten hier erstmal wieder alles. Ha, sammle 15 Körbe mit Bären. Ein Traum. Oh, was hab ich denn da gefunden? Kleidung? Tatsächlich. Hm. Okay, haben wir hier jetzt alles eingesammelt? Nein, hier oben sind noch Pilze. Ha, Pilzsammler. Sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal von oben an. Dem alten Fuhrmann ist der ganze Wagen vollgefüllt mit Holz auseinandergefallen. Oh nein. Sogar sein Pferd flüchtete dabei. Der Fuhrmann denkt, dass das ein Zeichen ist, dass er aufhören muss mit diesem Gewerbe. Auf seine alten Tage verdient er sich ein bisschen Ruhe. Er ist bereit, mir den Wagen mit der ganzen Ladung zu verkaufen. Okay, wir haben's ja. Drei Holz. Drei verkackter Holz. Unglaublich. Nicht weit entfernt vom Stadttor sitzt ein armer Kerl und bettelt, um etwas zu essen. Dafür krieg' ich Ruf. Was auch sonst. Bleib stehen, Fremder. Du darfst nicht weiter. Der Befehl des Königs heißt, kein Fremder darf die Stadt betreten. Der Wachkommandant will mich nicht in die Stadt reinlassen. Offenbar ist das eine Maßnahme gegen Spione und Piraten. Ich muss beweisen, dass meine Absichten gut sind. Okay, dafür brauchen wir noch sechs Ruf. Genau. Nun gut, ey, dann zählen wir doch erst nochmal diese Kiste ein. Achso, die Tochter. Äh, in der Gegend der Farm. Ob sie noch die Tochter finden? Die Farm war hier, ne? Ist sie vielleicht in der Höhle? Ne. Keine Tochter in der Höhle. Zum Geist, diese Tochter. Das ist sie nicht. Hm. Damit. Das ist sie auch nicht. Okay. Wo muss hier doch diese strunzdämliche Tochter rumeiern? Strand der Gescheiterten. Sehr schön. Mühle. Farm. Okay, also doch hier. Kann mir denn hier keiner was zu dieser dämlichen Tochter sagen? Wurde sie vielleicht in einen Steinbock verwandelt? Oder in eine Ziege? Oder was auch immer das ist? Oder in einen Wildschwein? Niemand weiß das. Wie viele Häuser brauche ich dann? Vielen. Wait, what? Auf dem Feld verfiel die Erde. Die Öffnung führt zu einem unterirdischen Bereich. Was zum Geier. Der Sohn vom Bauern ist schon zurückgekommen von seiner Liebsten. Ehrlich gesagt sieht er nicht gut aus. Er ist niedergeschlagen. Und in den Augen sieht man Tränen. Na, hat die Olle wohl Schluss mit ihm gemacht. Nach einem kurzen Gespräch fand ich heraus, dass seine Liebste jemanden Neuen gefunden hat. Kein Wunder, dass er so traurig ist. Der Arme. Sein Herz ist gebrochen. Verdient hat er es, der faule Lump. Das beste Mittel gegen ein gebrochenes Herz ist ein Abenteuer. Der Sohn vom Bauer war einverstanden und hat gesagt, dass er sich zu mir gesellt und wir gemeinsam in die Welt gehen. Ich will nicht mit dem Idioten rumeiern. Zumindest können wir jetzt das Ding reparieren. Plus vier Ruf. Sehr schön. Dann fehlen uns noch zwei. Korrekt. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Oh oh. Okay, da brauchen wir ein Schild und mehr Gedöns für. Aber zumindest die Pilze sammeln wir schon mal. unterscheidet. Vielen Dank.